3, 2, 1, los geht's! Ja, das Beste, was mir passieren konnte zu dem Zeitpunkt. Der Champions League Sieg in Wembley. Das verlorene Finale gegen Chelsea. Ein Traum. Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Gabe. Puh, wertvollstes Tauschtrikot. Drogba, würde ich sagen. Habe ich keins richtig. Früher war es Lucio. Boah. Jetzt Sinan und Holger Badstuber. Servus. Drei Wochen, drei, vier Wochen. Was habe ich angeguckt? Ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, weil ich bin rausgegangen. Der war schlecht. Ich habe mich an verschiedene Orte beamen. Einfach so, ohne zu fliegen oder so. Die haben eine Bedeutung für mich. Hinter der Dusche singe ich ganz selten. Ich müsste sie gut aufteilen. Würde ich oft Pizza essen? Nicht. Nicht. Dann verbringe ich den mit meinen Kindern meistens. Mit Obama. Am häufigsten. Wie wird man ein Profi? Danke dir. Gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.